Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen im neuen Video. Es stehen richtig schöne festliche Sachen an und ich habe dann mal mein feines Blüschen rausgeholt und habe das mal schön gebügelt und gedacht, es gibt so viele Feiern, es gibt wieder Hochzeiten und es werden Geburtstage gefeiert und es gibt auch Abschlussbälle. Und dann werden natürlich auch zum Abschlussball so kleine, schöne, kugelige Biedermeiersträußchen bestellt. Und ich habe gedacht, ich bereite mich mal schön vor und habe ganz tolle Blüten dafür mitgebracht. Aber für mehr Details, wie man das macht, bleibt einfach mal dran und guckt nach der Intro weiter. So ihr Lieben, ja, ich habe tolle Blumen mitgebracht. Und zwar, ich habe Colors, also hier sieht man auch, hier habe ich noch eine ganze Vase von diesen zarten Farbtönen. Und die Dame, die es bestellt hat, hat gesagt, ach, ich weiß eigentlich gar nicht, welche Farbe das Kleid hat. Und dann wollte sie zuerst weiß-gelb. Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn das Kleid rosa ist, dann haben wir natürlich ein echtes Problem, weil gelb zu rosa fände ich jetzt nicht so toll. Aber dann habe ich gesagt, weiß-grün und so ein bisschen pastellig passt immer. Und ihr wisst ja, mich als bekennender Nelken-Fan, ach, guckt mal, wie fluffig die sind, wie schön. Ich mache da natürlich Nelken rein. Und weil eine Farbe Nelken eigentlich ein bisschen wenig ist, mache ich dann gleich zwei Farben rein. Und von diesen grünen auch noch. Und ich nehme mir immer, oder ja, ich nehme gerne von jeder Blütensorte drei Stück. Warum? Weil dann kann ich die einfach schöner im Strauß verteilen. Und was ich jetzt hier schon gemacht habe, ich putze sie jetzt auch schön. Und hier habe ich was ganz Tolles. Das ist eine Protein-Art. Protein kommen ja aus Südafrika. Die heißt Bridal Blush. Ja, ist also ganz irre. Und wer die immer so sieht, der sagt immer, Margit, was ist denn das eigentlich? Ja, also es ist eine, ist doch eine recht seltene, sehr, sehr schöne Blütenart. Und hier habe ich jetzt einmal diesen Summer Floor, so einen Phlox, der auch so zarte Farbtöne drin hat. Und dann habe ich noch ein bisschen Schleierkraut, Gipso. Aber ich glaube, vom Schleierkraut könnte ich eigentlich nochmal einen Stiel gebrauchen. Moment, da hole ich mir gerade noch was dazu. So, also dann habe ich nochmal vom Schleierkraut noch einen Stiel dazu. Und ihr habt vielleicht schon gemerkt, ich lege mir tatsächlich die Blüten, ich schneide die alle schon auf eine, ja, auf eine Länge, in der ich die sehr schön binden kann in dem Strauß. Und ich lege mir das alles hier schon so zurecht. Moment, ich muss mal die Kamera ein bisschen nachjustieren. Sorry, sonst die Blumen sind jetzt in dem Fall wichtiger als ich. Ganz einfach. So, und seht ihr mich noch? Naja, ich kann mich auch ein bisschen runterbeugen. Ja, das Merkmal jetzt von so einem Strauß ist, dass wir eigentlich mit wenig Grün arbeiten. Da kommen vielleicht so Akzente dazwischen. Das ist auch ein sehr schönes Grün. Das nennt sich Pitou oder Pitous Forum Nigra. Das ist immer die kleine Pflanzenkunde, gell, wenn man bei mir ein Video guckt. Und das ist sehr, sehr hübsch zum Zwischenbinden. Ich fange einfach an, indem ich Blüte an Blüte anlege. Mein Mechanismus, mein automatischer lässt mich immer die Blätter vom Stiel abzupfen, weil ich möchte natürlich nachher keine Blätter in der Bindestelle haben. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und eigentlich ist dieser Strauß jetzt nicht so sehr auf eine lange, auf eine mega lange Haltbarkeit ausgelegt. Nur im Gegenteil, der Abschlussball ist morgen Abend. Und dann, das heißt, der soll morgen Abend richtig toll aussehen. Wir wollen auch in dem Fall keine, ja, keine knospigen Blüten. Guck mal, wie süß das Bridal Blush, wie das schon zusammen ist. Aber das ist jetzt wirklich erst ein Anfang an Blumen, wie ich das zusammen arrangiere. Ich gucke mir jedes Mal, ich gucke mir auch an, welche Blüte, ja, dass ich nicht eine Blütensorte direkt, ja, oder die Blütensorten direkt nebeneinander anordne. Das ist natürlich auch wichtig. Aber ansonsten kann ich da immer, so, nehme ein bisschen Efeu. Efeu ist natürlich auch, ja, macht auch ein bisschen mehr oder macht diesen Strauß auch etwas voluminöser. Und arrangiere dann eigentlich nur Blüte an Blüte, dass die so schön nah beieinander sitzen. Versuche, an diesem kugeligen Charakter mit meinen Blumen zu binden. Dazu muss ich den Strauß ab und zu auch in der Hand drehen. Drehen heißt, ich nehme den Strauß mit der rechten und drehe ihn und nehme ihn wieder in die linke Hand, ja. Also das ist, das ist immer ganz wichtig beim Strauß binden, den Strauß drehen und immer mal gucken, was noch angelegt werden muss, welche Blüten fehlen. Ohne, ohne Strauß drehen, weil viele, die den Strauß binden, die, ja, die nehmen den nicht so gern aus der Hand, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Aber ohne Drehen ist es ein bisschen schwierig, die Anordnung, ja, die Anordnung schön zu machen, beziehungsweise diesen Kugelcharakter. Ich wedle immer ein bisschen mit den Armen, weil mein Schleierkraut, das hängt ein bisschen aneinander und will sich nicht so ganz trennen. Und dazu schüttle ich immer, dass das sich voneinander löst. Ja, und ihr seht, also ich nehme das jetzt auch hier, die eine Hand, drehe es und versuche natürlich auch etwas zügiger, genau das, ja, genau dieses Anlegen, Drehen, Anlegen, Drehen, versuche ich natürlich etwas zügiger zu machen, dass ich auch vorankomme. Und eigentlich bin ich jetzt tatsächlich schon, habe meine Blüten eigentlich schon fast alle verteilt, habe noch ein bisschen Schleierkraut und könnte hier noch eine Color, ich glaube mir noch eine Color, ich denke, es ist so eine nette Kundin, die bekommt auch noch mal eine extra Blüte dazu. So, und der Efeu, wenn der Efeu hier so ein bisschen rausspitzelt, ja, dann kann ich den auch nach unten führen. Aber ich glaube, so sieht man es eigentlich am besten. Die Colors haben natürlich eine Form, die sicherlich, ja, etwas rausspitzeln immer. Mit den Colors kann ich keine ganz strenge, runde Form erreichen. Das ist aber auch ganz normal und ist auch kein Problem. So, aber jetzt habe ich eigentlich meine Blüten alle arrangiert, alle platziert. Und das Einzige, was ich jetzt noch brauche, tatsächlich bei dem Strauß ist, ich brauche nochmal ein Rand, Randgrün, ja, weil wenn jetzt jemand, sowas würde ich zum Beispiel abmachen, so ein Efeu-Blatt, ja, das ist mir zu, so, das läuft zu weit raus. So, und ich schneide mal alles, ich schneide mal einfach die Stiele gerade ab, sonst kann ich euch das gar nicht zeigen. So, und wenn man das jetzt von unten hier reinguckt, dann guckt man natürlich total in die Technik rein und das finde ich nicht so schön. Und um das zu verhindern, nehme ich jetzt, habe ich mir hübsche, große Efeu-Blätter geholt. Und die haben jetzt hier fast, eigentlich fast eine Herzform, ja, und die kann ich jetzt anlegen an den Strauß, so dass ich, ich nehme auch die Efeu-Blätter, die möglichst rund sind von der Form her oben, ja, die jetzt nicht so ein, ja, nicht so eine Spitze haben, ja, wie so ein Herzausläufer. So, und dann lege ich diese Efeu-Blätter an, so dass man von dem Efeu-Blatt tatsächlich wirklich nur noch, ja, nur noch so einen Rand zieht, also ganz wenig. Weil ich möchte nicht so viel von dem Efeu-Blatt sehen, sondern ich möchte eigentlich, genauso wie beim Brautstrauß, möchte ganz viel Blüte sehen, ja, und wenig, wenig Efeu. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen wählerisch und wühle hier in meinen Efeu-Blättern rum, und ich würde mal sagen, und die sind sehr, sehr schön. Und selbst wenn mir das, wenn die Spitze mir ein bisschen zu sehr rausguckt, dann kann ich auch mal eine Schere nehmen und mal eine kleine Korrektur, ja, eine Formkorrektur machen. Und das ist jetzt doch ein ganz süßer Abschlussballstrauß, ja, der auch so ein bisschen, hat ein bisschen Leben, ist wildwiesig, romantisch, hat eigentlich sehr, sehr viel drin, hat zarte, pastellige Töne, ist eigentlich wirklich alles, alles drin, was man sich so wünscht. Und den würde ich jetzt, genauso wie er ist, würde ich den jetzt binden. Und das Schöne ist auch, ich habe auch hier von unten jetzt einen richtig sauberen, schönen Abschluss gemacht. Das ist auch ganz wichtig. So, jetzt räume ich mal meine Efeu-Blätter zur Seite. Und binde den Strauß wirklich über meiner Hand, binde den ab. Und dann gibt es natürlich noch den Schritt, der den Strauß auch noch so fein und festlich macht. Das ist dann, wenn der Griff mit einem Band gewickelt wird. Das machen wir ja bei Brautsträußen auch. Und bei Abschlussballsträußen machen wir das auch. Was immer sehr schön ist, gerade wenn der Strauß so eine natürliche Note hat, dann ist es auch sehr, sehr schön, wenn dieses Band nicht bis unten gewickelt wird, sondern so. Wenn das Band wirklich nur so einen Abschnitt der Stiele begleitet. Ja, begleiten. Ach, begleiten ist immer ein schönes Wort. Ja, also dazu nehme ich jetzt erstmal, ich nehme die Stiele, halte die wirklich ganz fest zusammen, sodass ich einen Schnitt habe. Also hier geht es jetzt tatsächlich mal nicht um parallel, um schrägen Anschnitt, sondern es geht darum, dass die wirklich eine perfekte Länge haben. Wenn ich sowas noch nie gemacht habe mit dem Abwickeln des Griffes, dann kann ich auch hergehen und kann nochmal eine zweite Bindestelle machen. Dann habe ich die Stiele alle wirklich ganz, ganz, ganz zusammen. Ansonsten, wer das schon öfter gemacht hat, der kann, der nimmt ein schönes Satinband, dann gibt es hier Nadeln. Die haben diesen Perlkopf. Die sind extra, die sind extra diese Nadeln, die wir benutzen, wenn wir Brautsträuße und Abschlussballsträuße wickeln. Okay, so, ich versuche das jetzt mal so zu zeigen, dass ihr das auch seht, weil ich habe meinen Kameramann heute nicht da, ich bin alleine. Ja, wie ihr euch denken könnt. Ich wickele das Band richtig fest, ja, richtig, richtig fest, schaffe Überkreuzung an dem Griff, so, wickele nach unten und wickele aber, ja, so in regelmäßigen Abständen und, Moment, muss mal gucken, dass das alles für euch sichtbar ist. Ich schicke mal die Callas zur Seite und ich denke, das ist jetzt eigentlich schon, das reicht schon. Es ist ganz schön, wenn ein bisschen Naturstil unten noch frei ist, dann wickele ich mit dem Band wieder nach oben, auch wieder in schönen, regelmäßigen Abständen und vor allem, was ich immer sage, ist zu meinen, also ich gebe ja öfters die Brautsträuße und Abschlussballsträuße am Vortag mit und dann sage ich immer, wickeln sie richtig, richtig fest. Und dann soweit wickeln, bis der Bast, also die Bindestelle, bis die verschwindet, ja, dass ich ganz, Moment, ich zeige es auch gleich nochmal in die Kamera, so, dass die Stelle mit dem Bast ganz, ganz eingewickelt ist. Und dann, genau, gar nicht so einfach, sich so zu drehen und das alles für euch so gut sichtbar zu machen, aber ich bleibe stets bemüht. Okay, ich nehme, so, jetzt sieht man hier so den Griff, ja, dann nehme ich den restlichen, hier den Rest von dem Band, klappe das einmal um und lege das am Strauß, lege das hier so dran und dann kommt meine Nadel ins Spiel. Und die Nadel, die ist so lang, dass die, dass die durch diesen, ja, Griff durchgehen wird, das heißt, ich stecke die nach oben in diesen Abschlussballstrauß rein. So, ich nehme die und stecke die so nach oben rein und so habe ich jetzt eine ganz elegante, ja, einen ganz eleganten Verschluss von meinem kleinen Abschlussballstrauß. Und, ja, ich habe jetzt leider nicht so ein Kleid, aber ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, wenn man dann jetzt so mit diesem Sträußchen, mit einem hübschen Kleid oder vielleicht ist auch das Kleid dunkel, ja, ich kann das ja mal simulieren. Das ist jetzt zwar nur mein Grünmüllbeutel, aber ihr seht, wie toll das wirkt vor einem dunklen Kleid und ich habe keine Ahnung, was die, was die Dame für ein Kleid hat. Eigentlich wäre es schöner, wenn es dunkel wäre, ehrlich gesagt, als hell, aber es passt zu allem. Und in diesem Sinne, ja, finde ich, ist das doch ganz toll für den Abschlussball. Wenn ich, wenn ich diesen Strauß jetzt über Nacht noch in die Vase stellen muss, dann gebe ich natürlich das Band mit, sage, bitte wickeln Sie das erst so am nächsten Tag, ja, bevor es losgeht. Und dann nimmt man so eine Vase, wo man das so richtig schön hoch einstellen kann, wo der Strauß gut oben aufsitzt auf der, ja, auf der Vase drauf. Und das ist dann natürlich perfekt zum Aufbewahren. Und ja, also das ist jetzt heute passend zur Saison und passend zu diesen schönen Anlässen. Das ist jetzt mein Abschlussballsträußchen für euch. Schreibt mal, ob euch das Video gefallen hat und vielleicht wäre das sogar auch mal ein schönes Wiedermalsträußchen für eine Freundin. Also ich glaube, da gibt es viele Anlässe, wo man sowas machen kann und ja, wo man sowas schenken kann. Könnte man sogar auch kombinieren mit so einer schönen Hortensie. Das ist jetzt ein Strauß, der geht morgen raus. Der war extra ein bisschen elegant, extravagant gewünscht. Ja, und dann freue ich mich, dass ihr dabei geblieben seid bis zum Schluss. Und ich freue mich wieder auf eure Kommentare und sage euch einfach Tschüss, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.